Ja, pass auf. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Dorafi. Oh Gott! Okay, Brüben. Da sind wir. Oh, da hängt es schon wieder. Ja Mann, nicht so gut. Bin schon auf dem Weg. Oh Gott. 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 HQ, HQ, das ist der Kugler. Wir haben Probleme. Wir sind in die Situation. Wir sind fast in die Prozesse, aber wir wurden unterzeichnet von Fliers. Ja gut, und Schumgarten. Moment los, gehen wir. Hör das, aber wo prüft ihr schon? Jetzt könnt ihr da abhängen, mit der Wissen verdrungen. Hier da. Da ist es zu, gehen wir da unten. Das ist schon nicht. Auf damit. Wo ist doch da? Wer? Haben wir gut geblieben? Moment Bum, ich bin nicht so weit. Ein Kale muss einmal rüber. Wo sucht denn? Ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Oh, Giotto. Ich muss losgehen. Oh, schon, das ist auch geil! So, da brennt es ganz munter. Eine Weste, nix im Angebot. Ich bin kein Strauß, aber ich glaube, das Router ist auch verletzt. Aha, da kommt er her. Jetzt hab ich, oh Gott, jetzt bin ich bereit. Jetzt rennt ich. Und jetzt haben wir da, ja, mit so einem Rätsel. Warte mal. Da war der Aufzug. Aber, mit den Dorf her. Ich weiß auch, das muss ich irgendwo betätigen. Ja gut, Motorreife. Die Kontrolle von oben. Ich hab ein bisschen einen Überblick. Ja besser, wie musst du vorne die Tiere machen? Aber, der Laser kommt von Dogi. Ja gut, die Hubs. Ja gut, wir schauen aus. Weiter geht's. Ja gut, wir schauen aus. Weiter geht's. Wenn ich nicht, fliegt ihr. Ich geh wieder. Blöd ist auch gar nicht so weit, du. Ja man, war praktisch. Mit leider Knarre vom Gegner steh. Meistens ums uns. Schaut ihn aus. Achso. Selbstverständlich der Backe. Nimm die hier. Hier wieder. Der Müllhäumer. Der Müllhäumer wird. Okay, um. Come on, Adrik. Get the cane. Da ist er nicht gewöhnt. Da ist es zu. Im Moment noch. Der auch noch. Ui da. Die letzten Raketen, gell? Du so mal, Sledge. Geht du mit oder wie? Oder passt du auf? Ja gut. Halt die Stellung, gell? Ja gut, wir wollen. Der big boy. Wer darf? Nugeln. Der big boy. 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 in Astonian. Belohnung? Nein. Abwärts. Achso, da sind wir. Bist bereits schon, oder? Hopp maisch. Teleporter. Brauchen wir mit mir geh. Baby, bleib unten. Ja, wie schaut denn aus gut, die Frau? Hoi's. Was hier mache? Toll'n der Schlung? Ja, pass auf. Jetzt wenn der Große kommt, dann muss ich nuggeln. Wo soll ich denn? Ach so, die Frau. Außer doch. Außenpital. Hoppala. Achtung, keine Nägel mehr. Weiter geht's. So, wie schaut du aus? Ja, du siehst ja. Ne Weste. Ne Weste. Etwas Unheil, mir geboten. Ja. 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 Bissler wird vommer. Wo wollen wir hin? Na oben. Ja. 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 Das muss alles sein, was der Cougar-Squad ist. Schaut irgendwie aus nach Bosfeld, wenn du so viel kriegst. Besser, da haben wir wieder die besten Aussichten, gell? Bin ich nicht mehr. Das Letzsch, wie schaut denn aus? Geht da mit? Ach so, hier hängt ein bisschen fest, die Blödsau. Ja gut, mir tut das wurscht, gell? Wenn du was möchtest, dann kommt er schon. Hoppla! Scheiße! Muss ich mitkommen? Aber... Aber, er hängt ein bisschen fest. Dann muss er losgehen. Scheiße, warte mal. I'm back.